1. Dezember, 1. Advent und auch noch das erste Kläppchen im Adventskalender. Wenn das nicht drei gute Gründe für ein gutes Video sind, dann weiß ich es aber auch nicht. Mehr dazu zum großen Gewinnspiel und ein erster Sneak auf die schiere Power von meinem neuen Mac Mini mit M4 Pro Prozessor. Jetzt in deinem Adventskalender. Präsentiert von Focusrite, Storia Mastering und Noiseworks. Ho, ho, ho. Okay, es ist vielleicht noch nicht Weihnachten, aber heute ist es endlich wieder soweit. Es geht wieder los. Der mittlerweile neunte Adventskalender im Recording-Blog startet mit diesem Video. Und falls du neu hier sein solltest, lasse ich jetzt einfach mal kurz mein jüngeres Ich von vor neun Jahren sprechen. Guckst du hier? Trommelwirbel. Der Adventskalender kommt. Ich habe im Rahmen der 30 Tage 30 Tipps schon angekündigt, dass es mir so gut gefallen hat, dass ich vielleicht überlege, einen Adventskalender zu machen. Also diesmal nicht 30 Tipps, sondern 24, also 24 Kläppchen am Kläppchen bis Weihnachten. Und morgen geht es dann tatsächlich los. Die erste Folge vom Adventskalender, vom Recording-Blog Adventskalender geht los. Und damit ihr schon mal wisst, wie das klingt, hier der Jingle. Bäm, das Ding knallt, oder? Ja komm, lass stecken. Auf jeden Fall, morgen geht der Adventskalender los mit der ersten Folge. Und bis zum 24. Kläppchen haben wir jetzt noch ein paar Tage Zeit. Ihr könnt euch drauf freuen. Jeden Tag gibt es wieder mal was vom Recording-Blog. Eine kleine Dosis Tipps, Tricks, Griffe, Würfe, Umschuppen aus dem Tonstudio. Und ich hoffe, dass es euch genauso gut gefällt, wie bei den 30 Tagen 30 Tipps. Auch dieses Mal gibt es wieder was zu gewinnen. Aber diesmal verrate ich es nicht. Denn wie bei Weihnachten weiß man ja auch nicht, was im Päckchen drin ist. Also wird nicht verraten, was verlost ist. Moment mal, natürlich verrate ich dir dieses Mal, was es zu gewinnen gibt. Das wird doch das größte Adventskalender-Gewinnspiel aller Zeiten. Also zumindest aller Zeiten hier im Recording-Blog. Gewinne im Gesamtwert von mehr als 3000 Euro. Und mit dabei sind unter anderem zwei Kopfhörer von Bayer Dynamic. Einmal der Bayer Dynamic DT1990 Pro und der 1770 Pro. Die werden wir in einem separaten Video nochmal gegenhalten gegen den DT770 Pro und den 99 Pro, die sich in meinem Besitz befinden. Dann haben wir hier das Arc Studio, eine Raumkorrektur von IK Multimedia, zu der ich auch schon mal ein Video gemacht habe. Dazu kommt ein Audio-Interface von Focusrite. Dieser Karton ist ein Dummy, weil das brandneue Interface noch in der Post ist und darauf wartet, dann von mir gecheckt zu werden. Also kannst du dich drauf freuen. Ein weiteres Video. Und als Hauptgewinn von Luit das PureTube, ein Großmembran-Mikrofon mit Röhre eingebaut. Handselektierte ECC-82-Röhre, wenn ich mich nicht täusche, mit Tasse dabei und gibt auch noch einen Pulli obendrauf. Und außerdem zu gewinnen gibt es auch noch ein Stereo-Mastering von deinem Song, von niemand geringerem als Björn, die goldenen Ohren von Holtwig Schlüter. Und als wenn das noch nicht genug wäre, ich weiß, ich hau noch einen raus, lege ich nochmal dreimal ein ganzes Jahr Premium-Bereich ganz obendrauf. Warum ein ganzes Jahr, fragst du? Gute Frage, weil der Premium-Bereich seit kurzem kein Abo mehr ist. Du kannst also demnächst den Premium-Bereich genauso lange buchen oder so kurz buchen, wie du möchtest. Ein Monat, drei Monate, sechs oder gerne auch zwölf, was zum einen bedeutet, dass du mehr pro Monat sparst, wenn du länger buchst. Ist ja logisch. Du kannst dir aber auch immer mal wieder den einen oder anderen Monat oder auch drei Monate gönnen, wenn du zum Beispiel sonst eigentlich eher knapp mit der Zeit bist, weil du viel arbeitest oder Zeit für die Familie brauchst. Dann weißt du aber vielleicht, da habe ich mal ein Zeitfenster, da könnte ich mich mal wieder um das schönste Hobby der Welt kümmern. Dann buch dir gerne deinen kurzen Premium-Zugang und es lohnt sich auf jeden Fall. Am Gewinnspiel teilnehmen kannst du auf zwei Arten, die du für eine höhere Gewinnchance sogar noch kombinieren kannst. Zum einen nehmen natürlich alle Kommentare wie immer unter den 24 Videos im Adventskalender teil. Schreib also unter jedes Video einfach einen Kommentar und du bist 24 Mal im Lostopf. Mehrfach-Kommentare unter den einzelnen Videos erhöhen deine Gewinnchancen übrigens nicht. Die kannst du dir also sparen, es sei denn, du antwortest natürlich auf die Kommentare von den anderen, aber auch das erhöht natürlich deine Gewinnchancen nicht. Aber in der Lostrommel sind auch alle Newsletter-Abonnenten aus der Recording-Blog-Familie. Und weil ich YouTube-Kommentare und Newsletter-Abo bei der Ziehung, die findet am 2. Januar 2025 statt, weil ich die bei der Ziehung 50-50 werte, lohnt es sich auf jeden Fall im Newsletter und mit den Kommentaren gleichzeitig teilzunehmen. Mal davon abgesehen, ja, der Newsletter ist bei mir keine Spam oder Werbeschleuder für andere, sondern du erhältst einfach alle fünf Tage einen neuen Tipp für deine DRW, für dein Mix oder für dein Studio und verpasst auch sonst nichts, was im Recording-Blog-Universum so alles los ist. Es ist kostenlos, bringt es richtig und erhöht auch noch deine Gewinnchancen. Was will man eigentlich mehr? Link zum Newsletter findest du hier oben oder unten unter der Videobeschreibung. Und jetzt, Achtung, noch ein kleiner Sicherheitshinweis zum Gewinnspiel vorneweg. Solltest du bei Telegram, Facebook, Instagram oder sonst wo sein und der Recording-Blog schreibt dich an, dann löscht diese Nachricht bitte sofort. Denn das bin nicht ich, weil ich nicht darüber kommuniziere. Und solltest du irgendwelche anderen Nachrichten oder Sonstiges bekommen, in denen du vielleicht in der Nachricht gesiezt wirst von vermeintlich von mir, dann bin ich das auch nicht, denn Musiker wie du und wie ich, wir duzen uns untereinander und vor allem werde ich nicht random irgendwie siezen und duzen und das mischen. Und falls du dir doch nochmal nicht sicher sein solltest, dann schreib mir gerne eine Mail an jonas at recording-blog.com und wir klären das dann zusammen, ob es ein Fake ist oder nicht. Ich bitte aber niemals, Achtung, niemals Geld für vermeintliche Versandkosten, Zoll, Bearbeitungsgebühren oder Sonstiges überweisen und bei E-Mails auch bitte nicht sofort auf Antworten klicken, sondern im Zweifel meine Mail-Adresse, die ich dir gerade genannt habe, nochmal von Hand oben eingeben. Man weiß ja nie. Also der Anschluss zum Adventskalender 2024 ist damit offiziell vollzogen, aber ich habe dir ja noch einen ersten Speck von meinem brandneuen Mac Mini mit M4 Prozessor und 48 Gigabyte, also M4 Pro Prozessor und 48 Gigabyte RAM versprochen. Ich war nämlich neulich bei Björn zur Podcast-Aufzeichnung und Björn hat den gleichen Intel-Rechner, wie ich ihn vorher hatte. Also ein 4 Zoll, 4 HE, 19 Zoll Gehäuse mit einem Intel i9900K Prozessor mit 8 Prozessorkernen und Hyperthreading und was nicht alles, 32 Gigabyte Arbeitsspeicher für die Nerds unter uns. Eine Riesenkiste, Verbrauch, irre Strom und unser Podcast mit jeder Menge Plugins drauf, vor allem die aufwendigen Isotope-Plugins, die RX-Plugins und auch Fabfilter mit Oversampling und Lookahead drauf. Das Ganze wurde bei seiner Maschine mit ungefähr zwei- bis dreifachen Tempo ausgespielt. Das bedeutet, auf das Ausspielen von 80 Minuten Rohaufnahme vom Podcast wartet Björn zwischen 30 und 40 Minuten und wenn er nachträglich einen Fehler bemerkt, dann eben nochmal. Ich habe hier die exakt selbe Session mal aufgemacht. Schau mal hier, auf meinem Mac Mini ist die drauf und jetzt pass mal auf, was jetzt passiert, wenn ich hier drauf drücke und das Ganze exportiere. Drücke auf Exportieren, auf OK. Bam! Wupp, wupp. Ist das krass? Also, das soll nur ein kurzer Speck sein, um dir mal ein bisschen was mitzugeben. Ich glaube, hier wird sehr schnell klar, warum sich die Investition in den Mac Mini für mich definitiv gelohnt hat, unabhängig davon, dass das Gerät so klein ist und weniger Strom braucht. Ja, ist das einfach auch sehr, sehr kraftvoll. Und die Frage, ob der sich wirklich gelohnt hat, ob man damit große Produktionen stemmen kann, die sollte man damit auch nicht mehr stellen müssen. Die hat sich selbst beantwortet. Und wenn sie sich für dich noch nicht beantwortet haben sollte, dann schau doch mal als nächstes in dieses Video. Da habe ich nämlich den Mac Mini vor einem Jahr noch mit M2-Prozessor gegen meinen großen Rechner getestet. Das war auf jeden Fall letztes Jahr schon sehr, sehr ausschlussreich und ist es für dich auch sicherlich heute noch. Da sehen wir uns. Bis die Tage, mach's gut und Yassu!